Hey Leute, hier sind wir heute unterbändig von den Two Epic Buddies und es wird alles schwarz-weiß, warum wird alles schwarz-weiß? Ja, what the fuck? Wir spielen heute eine Mario Kart Map. Es sind ja viele Mario Kart Fieber und da ist heute einfach mal eine Zombie Map erschienen im Workshop. Und wir haben uns gedacht, wir probieren die jetzt einfach mal aus. Ich möchte wieder Farbe. Warte, Strom an. Ah, Farbe. Okay. What the fuck ist das? Was? Was? Was, was, was? Wunderfizz, ich bin Idiot. Hey, ich kenn das auch nicht. Was ist denn Wunderfizz? Ich guck mir das gleich an. Also wer die Mario Kart Map nicht kennt, das ist die ganz, ganz klassische. Eine richtig alte Map sogar. Genau. Auf der man mit den Ballons früher sich gegenseitig abgeschossen hat. Also nicht mit den Ballons abschießen, aber ihr wisst, was ich meine. Der Wunderfizz, okay. Wunderfizz. Was ist das, Mann? Keine Ahnung, müssen wir gleich probieren. Was ist eigentlich hier in der Mitte? Guck mal. Hier. Da ist so ein Stäbchen. Lauf auch gerade dran. Warte, lass mal die Zombies in die Mitte locken. Ich glaube, das Stäbchen wird größer, oder? Echt? Brauchst du das ein Easter Egg? Ja, ich glaube schon. Ja, ja, da passiert was, da passiert was. Oh no. Guck, da kommt so eine rote Animation. Ja, 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 da kommt Energie. Oh lol. Ey, ich guck immer nicht nach hinten. Okay. Warte, 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 jetzt, jetzt, das gibt Punkte. Oh shit. So. Okay, perfekt. Ey, was los? Zwei mal schon down gegangen? Hey, ich wollte mir die Animation ansehen, wie das rot wird, Mann. Okay, warte. Ich geh jetzt mal zum Wunderfizz, oder wie auch immer das Teil, und guck, was da passiert. Okay. Ah, da bekommt man einen zufälligen Perk. Ich habe Juggernaut bekommen. Oh lol, da kriegt man Sacken. Richtig geil. Das habe ich noch nie gesehen. Glaubst du was, Mann? Oh, das Teil. Das sind Gravity Spikes. Wtf. Ich glaube, das sind Gravity Spikes, oder? Warte. Wie ist das aus? Schon richtig groß. Hm. Ja, ich weiß nicht. Knife, Knife, Knife. Komm. Eins. Lock die in die Mitte. Oh, ja. Machen wir. Oh, warte. Es ist schon eine Waffe erschienen. Meine. Oh, warte. Oh, nice. Ne Dingo. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal bei der Map um. Wir haben da ja noch gar nichts gesehen. Komm noch mal zurück. Komm zurück. Was? Was ist das da oben? Das ist, glaube ich, was richtig Gutes. Oh. Hä? Ist das wieder so ein Teil? Ne, das ist was anderes. Ich weiß nicht. Ne, das sieht anders aus. Da müssen wir unbedingt hoch. Ja, lass hochgehen, lass hochgehen. Hier ist Pack and Punch auf jeden Fall. Genau. Okay, kommen wir hier hoch. Hier. Guck mal. Oh, nice. Da kommen wir auf jede Plattform hoch. Oh, nice. Das ist geil. Ich brauche jetzt noch mal eine Waffe. Ja. Komm, ja. Die Frage ist, welche. Ich weiß nicht. Oh, ne Nuke Double Points. Nice. Oh, nice. Können die auf jeden Fall. Jetzt muss rasiert werden. Komm schon, schneller, schneller, schneller. Oh, die Zombie schlucken jetzt schon gut. Warte. Wie viele leben noch? Einer? Einer. Okay, ich nehme den Nuke. Es gibt mehr Punkte. Wir haben sogar 800 Punkte durch Dump Point bekommen. Warte, geht's noch? Genau. Kauf was auf. 3500 kostet das. Oh, warte, da ist alles aufgegangen. Die erste Etage ist aufgegangen. Die zweite kostet 4000. Okay. Hier ist eine random Kiste. Oh, die Map ist so geil. Maximo Speedcaller ist hier. Ich will wissen, was das da oben ist. Chaga. Oh, hier gibt's Chaga auch nochmal. Ist auch nice. Ist gechillt. Ich würde sagen, du kaufst dann das nächste gleich auf. Ja. Ich möchte wissen, was da oben dann noch ist. Ich sehe da hinten noch irgendwas. Ja, da ist überall einfach was oben. Okay. Sind das alles nur Perks hier oben? Ich weiß. Ich bin auf die nächste Etage schon so gespannt. Na. Warte, 4000. Ist ein bisschen höher. What the fuck, wo kommt der her? Kann man eigentlich runterspringen, Notfalls? Ja, ich habe auch gerade überlegt. Ich glaube schon, das sollte funktionieren. Ja, funktioniert. Gut. Nicht, dass da unsichtbare Wände sind. Hinter dir sind zwei. Hab ich. Runde 6. Nice. Wir hustlen hier durch. Durch die Runde. Ja. Es gibt gleich die Punkte, dann geht's hoch. Ja. Es gibt auf jeden Fall auch wieder ein runden Ende, das man kaufen kann. Aber das kennt ihr ja mittlerweile alle schon. Man geht hin, zahlt seine Punkte und dann ist das Game vorbei. Wir wollen jetzt erstmal gucken, was es hier alles zugibt. Genau. So, es kommt Höllenrunde. Höllenrunde. Ich gönne dir jetzt mal die Punkte, damit du dann einfach was gleich aufkaufen kannst. Ich möchte mich da hoch. Komm schon. Docks, docks, docks. Ja, zwei brauchst du noch. Einer noch. Komm. Wo ist er? Die spawnen alle unten, oder? Ich weiß nicht. Jetzt. Kopf auf. Ja, perfekt. Oh. Let's tu das. Was gibt's jetzt hier oben? Warte, hier gibt's wieder die Stäbchen da. Genau. Sehen zumindest so aus. Warte, was ist denn das hier? Guck dir das an. Hä? Ah. What the fuck. Electric Cherry. Die Elektrokirche. Es sieht einfach alles so richtig cool aus. Woos, wo? Okay. Was bringt das? Für 2.000, okay. Widowswein kennen wir. Was ist das hier? Tombstone. Okay. Da bekommt man glaube ich, wenn man stirbt, seine ganzen Perks wieder, wenn man den aufsammelt. Genau. So bekommt man einen Grabstein, soweit ich weiß. Ein Hund. Lass mir den letzten. Ich glaub... Hä? Es parkt. Hä? Okay, es parkt, ja. Hä? War jetzt zweimal eine Höhlenhundrunde hintereinander? Nee, nee. Aber die haben richtig lange gebraucht, um hochzukommen. Okay. Ja gut. Und was ist hier nochmal? P.H.D. Flopper. Was war das nochmal? Ich weiß nicht. Ich hab wieder vergessen. Das hatten wir bei der Hijack. Mein Bauch. Was ist denn das hier? Was? Was steht da? Geier? Geier-Elixier. Was? Ja. Wie kenne ich gar nicht. Ähm. Das kostet... 3.000. Hm. Ich gönn mir jetzt die Zeichen, die wir nicht kennen. Oder ist der erst? Den Todbringer. Na ja, zuerst muss ich den ausnutzen. Nein, was ist da hinten gespawnt? Double-Points. Double-Points. Nice. Okay. Aber ich denke mal an den Rand, da kommt man nicht raus. Nee, glaub ich auch nicht. Hier ist noch eine Nuke. Gondi, irgendwo hier bei dir noch. Oh, komm schon, viele Punkte. Nice. Okay, ich hab 4.000. Was heißt? Ich könnte mir rein theoretisch die zwei Sachen kaufen. Ja. Also ich guck jetzt mal. Ja. Was ist das? Vulture, ey. Okay, was bringt das? Mhm. Okay. Hä? Ich hab jetzt... Hä? Was ist denn das? Warte. Hä? Wären mir jetzt alle Perks angezeigt? WTF? Ja, ich glaub mir werden alle Sachen angezeigt, die man so machen kann. Okay, das ist cool. Das ist richtig cool, das sieht geil aus. Und jetzt das hier nochmal. Wo's wo? Oh, ich hab nicht genug Punkte. Okay. Warte. Du hast gesagt, es gibt ein Ende zum Kaufen. Hast du das schon gesehen? Nee, das hab ich noch nicht gesehen. Aber das wird mir jetzt, glaub ich, auch angezeigt. Warte. Da unten ist ein Pinball. Guck mal. Warte, da unten die Tür wahrscheinlich. Guck mal. Da ist eine Tür. Hä? Hobbyblut. Oh ja. Was ist das? Zombieblut. Warte, greifen mich die jetzt noch an? Nee, die tun wir nicht mehr. Oh Gott, ich bin so... Hä? Der hat Gift? Alles klar? Was ist hier los? Läuft. Wie sieht das denn aus? Gibt's richtig geile neue Sachen auf der Web? Ja. Was ich jetzt nicht erwartet? Was ist das? Neu. Da ist schon wieder das. Hä? Da gibt's halt einfach neue Zombie-Arten. Siehst du die Gift-Zombies? Ach so, warte. Das sind keine Gift-Zombies. Das sind die Zombies, die Perks dropen. Also so extra Sachen. Okay. Die werden mir jetzt extra angezeigt. Also richtig geil. Wir müssen noch einen Schlüssel finden. Sehe ich gerade. Okay, warte. Dann kommen wir in die Tür rein. Ich habe mir das gerade gekauft. Ich will wissen, was es das gibt. Ja. Hey, können wir jetzt Sachen tauschen? Warte, ich komme mal zu dir. Nee. Ups. Oh. Hä? Was bringt das Perk? Das ist immer gut. Das kann man immer benötigen. Ich habe Max Ammo. Nice. Und jetzt wieder was getroppt. Ja, die droppen hier was. Guck. Ah, die droppen Geld. Und Munition. Ja, die droppen das echt. Das sieht man nämlich. Okay. Das ist ganz klein. Richtig krass. Ich habe noch keinen getötet. Wirklich? Oh. Widows rein. Warte. Pick up key card. Die liegt hier einfach. Oh. Loll. Ich habe sie. Perfekt. Können wir jetzt da unten rein? Ja, lass rein gehen. Okay. Unlocked door. Oh, und hier. Ich meine, das lief an die Luft. Okay, warte. Man muss die Seelen sammeln. Okay. Ist das jetzt sowas, dass wir hier einfach Zombies töten müssen? Ne, Seelen müssen wir oben bei diesen Pfosten sammeln, oder? Wirklich? Ich glaube, das ist es. Sollte auch gleich fertig sein eigentlich. Hey, warte. Links unten mein Perk hat irgendeine Animation. Mein Extra. Ich weiß ja nicht was. Okay. Ah, das ist wegen dem Gift hier. Hä? Oh, warte. Oh, nice. Wir haben es. Ah, wir haben es geschafft. Genau. Lol. Oh, nice. Als ob. Ich will noch alle Perks mitnehmen. Ich nehme noch mit, was geht. Oh, Speedball kann ich nicht. Okay, ich lasse den ein Zombie im Leben. Nö, nö. Ich würde sagen, wir sind durch, oder? Wir haben es geschafft, Mann. Ja, dann lass es hingehen. Was steht da? Warte. Oh, 25.000. Oh, lol. Ne, gut. Dann würde ich sagen, sammeln wir die kurz, oder? Ja. Ich werde sogar wiederbelebt jetzt, wenn ich sterbe. Oh, nice. Und? Kann ich mir da auch noch was kaufen? Alles klar, ich kann da Geld ausgeben, aber ich bekomme nichts dafür. So, ich bekomme irgendeinen Perk. Was ist es? Hatte ich schon. Ne, hatte ich noch nicht. Ah, ich habe jetzt Perks doppelt. Alles klar. Lol. Kann man dann, warte. Kann man dann noch mehr Leben haben, wenn ich Jugga zweimal habe? Oh, das wäre jetzt interessant, ja. Was bekomme ich jetzt? Ah, okay. Kann ich jetzt noch schneller? Ne. Ne, okay. Ich dachte, jetzt lade ich viermal so schnell nach, aber funktioniert nicht. Ich habe einfach alle Perks schon. Oh, lol. Das sind aber viele. Ja. Tötet immer. Oder ja, lass wirklich einen am Leben. Okay. Ich glaube, das ist der Letzte. Wollen wir es machen? Ja, auf geht's. Komm, kaufen. Oh. Easy. Guck, ich bin null mal down gegangen dieses Mal. Hat ganz gut funktioniert, Leute. Wir hoffen, das Ganze hat euch mal gefallen. Das war eine richtig geile Zombie-Map eigentlich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Und Benni, hast du sonst noch was? Ne, haut rein. Wir sehen uns einfach morgen beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.